Hi, ich bin es Anna, Mama von zwei Kindern. Für meinen sechs Monate alten Sohn habe ich die Kadelabtrage von Firma Infantino geholt. Ich finde der Design super niedlich, weil da eine Teddybärkapuze dabei ist und richtig praktisch, weil die Tasche für meine Hände hat. Die Trage ist sehr bequem und mein Sohn fühlt sich beim Einsetzen oder im Allgemeinen richtig voll drin. Seitdem wir die Trage haben, greife ich viel oft zu Trage als zum Kinderwagen, weil für uns einfach schneller und bequemer ist. Ob beim Einkaufen oder Kochen, beim Spielplatz. Ich kann mich um meine Tochter kümmern, habe den Kleinen trotzdem ganz nah dicht an mir. Da mein Mann und ich sehr groß sind, war mir verstellbare Schulterriemen sowie die breite Tragegurt sehr wichtig und ich kann die Trage mit guten Gewissen weiterempfehlen.